Hallo meine lieben Parfümfreunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Dieses Video wollen wir ganz der Remix Edition 2022 widmen. Wir werden diesen Duft gleich unboxen und zusammen testen. Hier seht ihr die anderen aus der Remix Collection, die ich schon in meiner Sammlung habe. Und los geht's! Hier habe ich jetzt mal alle Remix Colonies, die in meiner Sammlung sind, für euch aufgebaut. 2017 startete die Remix Colonie Reihe sozusagen als Geburtstagsedition zum 225 jährigen Jubiläum von 4711. Das erste Remix Colonie riecht auch eher klassisch mit einer ganzen Menge Zitrusfrüchten. Sehr prominent finde ich hier allerdings die Petit Grin Note. Das Remix aus 2018 hat auch den Weg in meine Sammlung gefunden. Dieser Duft dreht sich ganz um die Orange. Wir haben hier allerdings auch noch T-Noten mit drin, was mir sehr gut gefällt. 2019 gab es dann ein Remix Colonie, das sich eher um blütige Noten gedreht hat mit Lavendel und mit Iris. Das hatte ich auch in meiner Sammlung, habe ich aber kürzlich meiner Schwiegermutter geschenkt. Remix Colonie Edition 2020 mit eher zitrischen Noten konnte mich bisher noch nicht so ganz überzeugen. Vielleicht hole ich es mir aber dennoch in die Sammlung, einfach um sie komplett zu haben und ja, weil es für den Sommer sicherlich auch ein schöner Duft ist. Und die Edition von 2021 ist, sage ich mal, die süßeste und verspielteste Variante. Hier haben wir jetzt Noten von Pfirsich enthalten und Orangenblüte. Und ich bin ganz gespannt, wie mir jetzt hier diese 2022 Edition, die sich ja um Krebfrut drehen soll. Ja, wie sie mir gefällt. Und wir packen sie doch mal raus. Ich habe sie nämlich noch gar nicht gesehen. Ah, okay. Also, wir haben hier so ein Palmen-Design drauf. Ich weiß aber nicht, ob die Farbwahl jetzt so gelungen ist, weil sie sich doch... Ja, naja, sie sind schon ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe auch schon Stimmen gelesen, die gesagt haben, dass sie sich im Duftprofil auch ähnlich sein sollen. Hier haben wir jetzt in der Kopfnote Krebfrut, Yuzu Blutorange, in der Herznote Magnolie, gelbe Fräse, Orangenblüte und in der Basis Sandelholz, geräuchertes Holz und Moschus. Ich hoffe jetzt, dass die Zitrusfrüchte in der Kopfnote relativ spritzig rauskommen und dass das geräucherte Holz nicht zu stark ist. Schauen wir doch mal. Riecht am Sprühkopf jetzt eher süßlich, aber ich bin mal gespannt, wie er mir aufgesprüht gleich gefallen wird. Wie schön, dass ich jetzt nicht mehr so schreien muss, da ich ein Mikrofon habe. Wir sprühen jetzt diesen Duft. Von außen rieche ich, ja, was süß-orangiges. Ich habe jetzt gehofft, dass es ja, da es ja die Grapefruit-Blutorangen-Edition ist, dass er ein bisschen spritziger rauskommt. Aber wo ist denn hier der Sprühkopf? Das werden wir mal gleich verifizieren. Ach, was soll's. Süß, orangig, orangensaftig, gefällt mir ganz gut und erinnert mich an Biotherm. Den Loh, den Duft von der Le Corporelle. Ich rieche auch eine leichte Grapefruit raus, aber es ist eher wie so ein süß-saures Fruchtgummi, würde ich sagen. Finde ich nicht schlecht, kann ich aber verstehen, dass manche schon geschrieben haben, dass ihnen der Duft zu süß ist. Ich finde ihn aber doch noch fruchtig genug für den Hochsommer. Ich sprühe noch mal ein bisschen mehr. Kolonien kann man ja immer ein bisschen großzügiger auftragen. Ja, ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen einwirken. Wahrscheinlich ist er bei mir sowieso nach ein, zwei Stunden schon fast verflogen. Aber ich melde mich gleich noch mal bei euch, wenn eben eine gewisse Zeit vergangen ist, um euch zu erzählen, wie er sich jetzt so auf meiner Haut entwickelt hat und wie lange er tatsächlich bei mir gehalten hat. Da sind wir wieder. Ja, eine Stunde ist jetzt etwa vergangen. Kolonies halten auf meiner Haut nicht besonders lange. So, ja, nach einer Stunde gehen sie in die Herznote über und verschwinden dann langsam. Ich habe jetzt den Eindruck, dass die Blüten sehr viel stärker zum Vorschein kommen, finde ihn aber nicht ganz so ähnlich, wie viele geschrieben haben zu dem Remix Kolonie von letztem Jahr, was sehr viel süßer ist und auch ein bisschen pudriger wird. Hier ist es jetzt tatsächlich so, dass wir immer noch so eine orangensaftige Qualität haben, was ich wirklich sehr schön finde. Und ich kann mir vorstellen, dass ich ihn in diesem Sommer doch das ein oder andere Mal tragen werde. Für mich ist es kein klassisches Kolonie, vom klassischen Dufteindruck her, sondern vielmehr ein moderner, leichter Wellnessduft. So, meine Lieben, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis bald und bleibt gesund! Wenn die blöde Kirche aufhören würde zu bimmeln, könnten wir auch loslegen. Kennt ihr das? Wenn sich fünf Minuten anfühlen wie eine Ewigkeit, wahrscheinlich bimmelt sie auch nur zwei Minuten. Aber ausgerechnet jetzt, wenn ich mein Video drehen will, Outtake wird länger als das ganze Video. Oh, wow, sie hat aufgehört. Die Leute haben immer zu mir gesagt, dass meine Stimme nach ASMR klingt. Und möchtest du dieses Parfum aufgesprüht kriegen? Aber ich glaube, die gucken nicht so blöd dabei wie ich. Parfum ASMR mit Marie Flaconess.